Hallo Freunde, Willkommen zu Waro 3. Ich bin leider allein, weil Gronkh keine Zeit hatte. Ich versuche, was in der Mitte zu bekommen. Oh nein, Schnellweg. Ich brauche ein Schwert. Oh nein, bitte töte mich nicht, du gemeiner Junge. Hier kann ich mir etwas kraften. So, jetzt haben wir ein Schwert. Jetzt kann ich die anderen töten. Da vorne sind ungespielt und fad so in HD. Ich werde sie easy töten. Aha, gerickt ihr Nubs? Die waren echt schlecht. Oh nein, ich brauche Essen. Vielleicht wachsen auf diesem Baum Melonen. Hoppla! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020